Ein Pflegefall tritt meist plötzlich ein und ist mit sehr vielen Emotionen verbunden. In kürzester Zeit müssen eine Reihe von Entscheidungen getroffen und Anträge gestellt werden. Dabei haben Betroffene oft jede Menge Fragen. Der Pflegestützpunkt der Stadt Braunschweig unterstützt Sie dabei. Jeder gesetzlich Versicherte hat einen Anspruch auf eine Pflegeberatung. Bei einer Pflegebedürftigkeit stehen auch pflegende Angehörige unter einem hohen Druck. Sie gehen einkaufen, halten die Wohnung sauber, bereiten die Mahlzeiten vor und gehen arbeiten. Der Spagat ist oftmals nicht mehr alleine zu schaffen. Bei der Entscheidung, die Pflege von Angehörigen zu übernehmen, werden gerade die seelischen Anforderungen häufig unterschätzt. In der Beratung wird dann schnell deutlich, dass die pflegende Person Hilfe und Unterstützung braucht. Dabei werden alle wichtigen Themen berücksichtigt. Von Leistungen der Pflegeversicherung über Antragstellung, Finanzierung bis zu Vollmachten und Hilfen im Alltag. In einem Gespräch werden individuell die Inhalte ermittelt, die für jeden Einzelnen wichtig sind, um eine ambulante oder stationäre Versorgung und Betreuung weiterführen zu können. Wesentliche Punkte können dabei der ambulante Pflegedienst, eine Tagespflege, Unterstützung im Haushalt, die Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege sein. Die Beratung kann telefonisch oder persönlich stattfinden. Die Beratungsstelle hört zu, klärt den Hilfebedarf, entwickelt neue Lösungen mit den Angehörigen und unterstützt in der Umsetzung. Der Pflegestützpunkt der Stadt Braunschweig ist neutral, unabhängig und kostenfrei.